Das BMW-Werk Leipzig Das BMW-Werk liegt am Industriestammgleis zum Industriepark Nord. Gleich nach dem Werk führt die Bahn in einer Kurve unter der Brücke der Dingolfinger Straße hinweg. Anschließend unterquert sie die Autobahn und dort sehen wir auch den ersten Zug. Der Werk Leipzig Die Bahn in der Brücke der Rücken Der Werk Leipzig Der Werk Leipzig Musik Ihr seht in diesem Video die meisten Züge in voller Länge. Einige Züge habe ich allerdings gekürzt, damit das Video nicht zu lang wird. Diese Lok hat gerade leere Autotransportwagen zum Werk gebracht. Etwas später erreicht die Strecke die Messeallee. In der Kurve dort liegt ein Wegübergang, vor dem die Züge pfeifen. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Auch Greifvögel leben hier und Fasane. Wir stehen jetzt weiter westlich. Die Messeallee liegt hinter der Baumreihe. Nach dem Pfiff am Wegübergang erscheint der Zug und fährt zuerst parallel zur Messeallee. Etwa 400 Meter weiter, gleich links vom linken Bildrand, biegt die Strecke nach Süden ab und verläuft dann parallel zum Handelsring. Zwo- apliciert des 처�os, dem ...dien, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 16, 17, 18, 19. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Zuglok hat jetzt den Bahnübergang am Handelsring erreicht und pfeift dort zweimal. Am rechten Bildrand kommt gerade das Ende des Zugs in Sicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier seht ihr die Kurve zwischen Messeallee und Handelsring von der anderen Seite. Das Gleis im Vordergrund führte ursprünglich zum Messegelände. Die Kurve zwischen Messeallee und Handelsring von Messeallee und Handelsring von Messeallee und Handelsring von Messeallee. Die Kurve zwischen Messeallee und Handelsring von Messeallee und Handelsring von Messeallee. Die Lok pfeift vor dem Bahnübergang am Handelsring. Die Kurve zwischen Messeallee und Handelsring von Messeallee. Die Kurve zwischen Messeallee,게요 die Sch preserving bleibt. Und da sonst wie Messeallee, ko hinter die Kurve zwischen Messeallee, Knessaaaaala und Handelsring von Messe. Hier fährt abends ein Zug auf den Bahnübergang am Handelsring zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch ein Zug, dieses Mal von der anderen Seite des Handelsrings aus gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Etwas weiter entstand diese Aufnahme. Dieser Zug hat bereits den Bahnübergang passiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Lok ist inzwischen am nächsten Bahnübergang an der Gipsbergstraße angekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Bahnübergang an der Gipsbergstraße liegt dort, wo diese Lok um die Kurve fährt. An einem Abend im November 2022 war ein Zug auf dem Bahnübergang zum Halten gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht weit vom Bahnübergang liegt dieser idyllische Teich. Ein Zug passiert den Bahnübergang am Mokkauer Ring. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020